Moin moin, herzlich willkommen hier zu A Robert Name Fight. Ich habe jetzt mal eine ganz normale Runde gestartet. Nein, oh, ich werde hier auch direkt angegriffen. Also wir sind jetzt nicht gezwungen, alle Gegner zu töten, um weiterzukommen. Und ja, gucken wir einfach mal. Wie diese Runde sein wird. Wenn tot, dann tot. So lange dauert eine Folge, wenn tot, dann tot. Aber ich bin ja sowieso einer, der immer gerne alles sich sucht. Zumindest die Karte gerne aufdeckt. Das heißt, so oder so töten wir eh alle. So, und ich bin wieder mal hier oben rechts in the egg. Damit ich mir nicht sagen lassen muss, von wegen du kannst die Kamera aber nicht richtig positionieren. Mann, dir fehlen ja voll die Skills. Dann üben wir aber noch mal ein bisschen. Jetzt kann ich sagen, Digga. Guck mal, wo ich bin. Ich bin hier oben. Du kannst mir gar nichts. Hier oben nervi ich niemanden. Da kommt er einfach von hinten angeschissen. Hättest du wohl gerne, wa? Hätte er wirklich gerne gehabt, glaube ich. Aha, da ist ein Upgrade. Zack. Feuerwarte erhöht. Am Anfang ist das ja sowieso noch alles ganz entspannt. Und ganz ruhig. Aber ich bin echt gespannt. Das ist ja wie bei Andermine. Wenn wir erstmal die ganzen Artefakte haben und mehr Artefakte haben und so. Dann kommen ja wieder die dicken Schüsse und hast du nicht gesehen. Und mega schnell und durchdringen alles. Also wir hatten auch schon mal echt geile Runden. Auch dieser Hentai Tentakel-Penis ist hier nicht gerade... Aber... Habe ich mich mal eben draufgesetzt. Hat sich gut angefühlt. Waren Test bestanden. War gut. Glauben die nicht bis da? Na gut, weiter geht's. Da ist ein Aussichtbarer. Ein Elite in dem Fall. Oh, Feuerrate. Das wird erhöht. Ich liebe Feuerrate, das ist ja wie... Das ist nur so temporär. Sprich, den Buff verlieren wir eh wieder. Pup. 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 Ja. Also ich werde natürlich, wenn ich Sachen nicht kenne oder so, mal eben Cut reinmachen, damit ich mal eben dann im Internet kicken kann. Warum blinken wir so? Komm, wir blinken. Warum blinken wir? Huch. Wollte ich hier schon rein? Ich geh noch nicht hier rein. Oder? Ich geh da rein. So. Einen ganzen Tumor hier. Weißt du, warum ich hier reingehe? Weil da oben ein Artefakt ist. Und zwar... ...die Puls... ...gedönt. Pew. Boom. Ura. Nein, nicht mehr da. Pew. Pup. Pup. Ja, man muss auch treffen, auf jeden Fall. Erzähl mir nix. Schon wieder rausgefallen. Hallo, da bin ich wieder. Ich bin mir vermisst. Yeah, alle drei vernichtet. So, jetzt können wir gehen. Hup. 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 Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Ich muss ganz ehrlich sagen. Wo kommt der Puzer an? Das ist ein Scheiß, du. So, dann machen wir das lieber so. Aber wir können damit Wir können damit bestimmt Waren wir doch so. Da hinten links haben wir auch noch so'n gelben, ne? Aua. Uiuiui. Garnade kommt. Garnade weiter. Garnade. Wenn wir damit Kills machen, dann lädt sie sich auf. Kann das sein? Guck mal. Bup. Bup. Ja. Hat jetzt einer zugekriegt? Guck mal. Zack. Nö. Jetzt wieder nicht. Guck. Naja, muss man nicht verstehen. Kann man aber verstehen. Ja, schon wieder fleißig rumspucken. Oh, warte, warte, warte. Ja. Garnade. Ah, hier kommen wir eh nicht hoch, ne? Ohne Hochspruch kommen wir da gar nicht hoch. Das heißt, wir mit... Das heißt, wir müssen hier wieder hoch. Oh. Ja, nur mit Treffen ist nicht so leicht, ne? Ich bin nicht überzeugt davon. Was sagst du denn zu der Waffe? Schreib's doch mal in die Kommentare. Sagst du... Ja. Kann ich mich mit anfreunden, oder sagst du... Digga, hör doch mal auf damit. Hui. Bam, bam, bam. Hui. Bam, 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 bam. Ich würde auch gerne irgendwie zurückgehen wollen, weil zurück... Ich habe auch noch dieser eine Raum. Ah, aber so ist das auch gut. Weil so treffen wir... Ui, watsch. Zack. 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 Oh yeah. Kann man doch eher mir machen, oder? Hui. Aha. Und den habe ich auch noch geraucht. So, und hier haben wir jetzt irgendwo... Ähm... Ein... Von Nöpeldödel. Frage ist, wo? Hier oben glaube ich nicht, oder? Da sehe ich einfach nichts. Und der ist auch weg? Äh, da muss das schon hier irgendwo sein, ne? Einmal alles abschießen hier, jeden Pixel. Also, wenn er hier oben in der Ecke wäre, dann wäre das bad. Weil da sehe ich ihn ja nicht. da. Da... duh-du-du-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da... Naja, schlecht. Ich dachte, ich kann mich mit anfreunden. Kann ich glaube ich nie. Irgendwann ist er hier am Rumpupsen. Aber wenn man mal daneben schießt, hat man das Glück, dass man eventuell etwas anderes trifft. Das ist der Vorteil bei der Waffe. Wer schießt da hinten? Wer pupst da hinten rum? Auf zum Pupsen. Aua. Oh yeah. Soll zum Boss will ich noch nicht. Ich möchte erstmal... Aua. Ich möchte erstmal links. Da. Äh da. Da unten. Kann ich da ran zoomen? Keine Idee. Aber du siehst ja diesen gelben Strich da. Da möchte ich hin. Und hier ist auch noch irgendwo was. Da oben wahrscheinlich. Da. Hätten wir jetzt diesen Exterminator Modus, dann wären die Gegner jetzt hier alle weg. Aber nö. Irgendjemand braucht ja hier schon wieder eine Extra-Wurst. Scheiße. Oh yeah. Schön alles wegflatschen. Schöner ist wegflatschen. Pup. 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 Hehehe. Keine Pup. 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 Weil dann dass ich jetzt wieder ganz zurück muss, ne? Na gut. Dann machst du nichts. Ich muss ja wegflatschen. Ich muss ja wegflatschen. Keiner sagt, geh da hin. Alle sagen sogar, Digga, warum machst du das? Geh doch zum Boss. Und dann sag ich, nee, wir sind erst bei zwölf Minuten. Was ist, wenn ich beim Boss sterbe? Dann ist die Folge rum. Was dann? Hast du auch wieder recht? Brain denkt mit. Richtig. Mein Brain denkt mit. Pup. 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 Aua. Pup. Ich hab ihn einfach von, von... Hast du gesehen? Ey, dass ich das Ding nicht treffe heute schon wieder... Frech. Gesehen, wie ich da einfach so Pup. 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 hier natürlich auch jetzt bin ich reingefallen machst du nix oh shit aber sollte vielleicht auch öfters mal die waffe wechseln ein shot orb der schießt für mich da brauchen wir gar nicht viel nachgucken der schießt sie und den haben wir jetzt für den boss ja aber jetzt stürzt sie ja gar nicht mehr richtig und da ist noch ein unsichtbarer feuerrate wie wahrscheinlich ist dass das eine feuerrate kommt also oder beziehungsweise so ein upgrade kann ich jetzt hier wieder zack oder wer zack kommt denn noch einer eventuell ist die chance da dass noch einer kommt ja da ist auf jeden fall aber das ist nur so ein einmal ding okay da war jetzt noch einer das heißt daraus aber der eine jetzt der blaue da der war jetzt auch nicht erschietet freiwillig war oh da ist noch ein blauer ich frage mich ob der blaue auch gekommen wäre wenn wir jetzt eben nicht die ganze zeit rein und raus gegangen wären das ist aber wieder nichts permanentes warum ist das denn nicht schon wieder permanent kannst du mir das erklären was meinst du first 2 dass wir das alles schaffen die komplette komplette belegschaft hier aua kommst du näher ping 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 hey die musik war kurz weg fehler fehler in der matrix das darf so nicht sein bitte support anrufen eine beschwerde rausgeben okay aber leider wieder nur temporär nichts permanent wieder nichts permanentes schade ist das neu mit diesen temporär ich sollte vielleicht den finger loslassen beim schießen wenn ich hier mit dings ankomme mit waffen wechsel dass ich keinen schnell schuss und dann du in 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 Schnellschuss macht einfach Bock. Deswegen auch bei Anna meinen immer schnell. Warte. Deswegen war Anna meinen auch immer Schwingengeschwindigkeit. So, jetzt ab zum Boss. Meinst du den schaffen wir? Du bist ja sehr optimistisch. Wir sehen wie knapp das war. Das war alles aufgemessen. Ich kenne den Tumor nicht. Okay. Huiiii! Okay, let's go. Get ready. Eifer, voll drauf da. Oh. Er liegt ja gar nicht mehr. Voll drauf da. Das ist egal. Das ist egal. Das macht gar keinen Schaden. Das betäubt mich ja nur ein bisschen. Aber vielleicht springe ich trotzdem mal. Iiii! Kommt der da mit seiner Leckshunger an, ey? Und leck mich hier einfach von unten, ey? Da kann ich ja nicht angehen, du. Wat ne Drecksau. Wuiii! Am nächsten würde ich sowas ja gerne splitten. Aber splitten wäre dann ja schon wieder so... Ähm... Aua. Aua! Wenn ich das splitten würde, wäre das schon wieder so einem Let's Play gleich. Und es ist ja kein Let's Play. Es ist ja Let's Fun. Und wir wollen ja Fun haben und so. So, rechts ist auch noch ein Weg. Aber wir gehen erstmal links. Äh, Biene, Biene. Mäau. 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 Da brauchen wir Feuer. Da brauchen wir Rakete, denke ich mal. Der bringt gar nichts, ne? Wuiiii. Au! Schießt, was das Zeug hält! Schießt, was das Zeug hält! Yeah! Okay, wir gehen erstmal hier nach links. Gucken, was wir hier schon haben. Wuiiii! Aha! An denen haben wir schon mal Scheiße verloren, weißt du noch? Ich guck mal eben, was er macht. So. Warum blinke ich eigentlich die ganze Zeit nochmal? Machen auch komische Geräusche. Also. Folgendes. Für euch ist jetzt noch eine Sekunde vergangen. Ich muss da aber kacken. Und eine halbe Tache ist rum. Ähm, für 15... Also, wir haben ja nur zwei Blaue. Für 15 Blaue... Und einen Blauen kriege ich angeblich 5 Live. Mal gucken. Das ist aber ein Personal... Ein persönlicher Teleporter. Das ist... Warte, warte, warte. Okay, also am Anfang... Soll es römische Zahlen geben. Da, wo man belebt wird. Das allererste Mal so. Und... Dann wird... Wird irgendwas gewewalt oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir doch nicht plus 5 gekriegt. Na gut, egal. Uh. 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 So. Äh, dann gehen wir mal nach... Äh! Kommt der näher. Aua. Ich hab mich so über die 5 Extra-Läden gefreut. Vor allem, das hört sich wirklich original an. Wie eine Biene. Ich bin eine Biene. Hm. Da unten ist ein Teleporter. Also mit unserem Teleporter können wir uns jetzt immer zu Teleportern. Teleportieren. Und müssen nicht immer extra zum Teleporter laufen. Geh mal hier nach rechts. Da haben wir einen Shop. Aua. Alter, der hat so viel unendlich viel Leben. Der hat uns ja letztes Mal auch schon tot gemacht. So, wir können uns sehen hier. So, wir können uns sehen hier. Hier, Mega Heal. Genau, das wollten wir da holen. Den anderen Rest können wir uns eh nicht leisten. So ein Problem. Ob das jetzt irgendwas damit zu tun hat, dass wir das... Das wird das gespendet haben. Dass er das jetzt hat. Hat er das irgendwie damit... Ich werde das nie verstehen. Wenn das immer alles auf Englisch ist. Ich werde das nie verstehen. Dann sage ich euch... So, wie ist das? So, wie ist das? So, wie ist das? So, der ist auch weg. So, der auch. Dann gehen wir mal hier rein. Gucken, wo der Weg uns hinführt. Wir haben ja noch ein paar Wege, ne? Wir haben ja noch... Rechts beim Wasserfall. Also, wo der Wasserfall jetzt ist, ne? Da. Haben wir noch einen Weg, der nach unten führt? Aber das war noch vor dem Boss. Ich glaube, dann kamen wir da nicht weiter oder so, ne? Na jo. Uuh! Uuhuua! Uuhuuhuua! 24 Minuten geht die Folge schon. 26. Aber Stunden... Uuhuuhu. Stunden sind vergangen, weil ich noch kann. Seit ich 30 bin... Ich vermisse diesen Schiss, wo du mal eben so hin und richtig sterben tust, weil du so drücken musst. Vermisse ich. Vermisse ich. Ich will mal... Ich würde echt gerne mal wieder so richtig ordentlich abscheißen. Wirklich. Nicht aber dieses... Dünnpfiff-Gefladdere... Und in einer halbe Stunde, 40 Minuten da auf dem Pott sitzen. Ich will... Beine schlafen ein. Füße... Sind tot. Kribbeln weg. Existieren einfach nicht mehr. Wow. Hier ist noch ein Modell Ding. Da. Ich komme. Oh, nö. Das gibt's noch nicht. Hep. Hep. Speed it up. Früher. Früher, weißt du? Früher. Früher habe ich nur mal eben die Hose runter... Flum, flum. Da kamen zwei Torpedos rausgeschossen. Bumm. Bumm. Versenkt. Schwipp, schwapp. Und dann war ich in 10 Sekunden durch. So war das früher. Ach, diese alten Zeiten. In den 80ern, weißt du nur noch. Die 80er. Hüi-hü-hü-hü-hü. Ah. Zack. Er ist auch weg. Und bumm. Okay, gehen wir erst mal nach links, ne? Weil da ist ein Artefakt. Tschu. Wo wir wahrscheinlich sowieso nicht reinkommen werden. Ui-hü-hü-hü-hü-hü. Oh, da ist so ein Glitch. Guck mal, so ein Glitch-Symbol gedönst. Der macht, habe ich zufällig gesehen, der macht ein zufälliges Artefakt hoch. Also um zwei Stufen. Und dafür haben wir ein zufälliges runter. Oh, was ist das denn? Ein Artefakt. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Der Hund ist... Er greift auch an, oder? Also ist das einfach nur so ein... Macht er mich... Also ist das nur so ein Hochsprung? Ich guck mal eben. Kleinen Moment. Okay, er greift auch an. Man kann ihn irgendwie... Vom Halten. Dass er... Aber wie? Halten? Dass er irgendwie seine Feder wieder einzieht hat. Keine Ahnung. Er greift aber auch an. Mit irgendwelchen Strahlen oder so. So, die Attacke da. Wann greifst du an? Irgendwie gar nicht, wa? Komm, wir schauen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Also immer, wenn wir springen... Huh. Huiuiui. Aua. Du schützt mich da. Bloß nicht beschützen, weißt? Komm, wir schauen. Ich mag den ordentlich. Hä? Cool. Okay. Nicht schlecht. Warte mal, da oben. Da oben hängt ein Tropfer. Bamm. Wir dürfen natürlich nicht ins Wasser, wenn wir... Wir dürfen natürlich nicht ins Wasser, wenn wir... Da kommen wir nicht weiter, ne? Wir brauchen Feuer. Äh... Wir dürfen natürlich nicht ins Wasser, wenn wir hier mit unserem Blitz rumschießen. Aber der ist so eine kleine Reichweite. Ich mag den Hund nicht. Der Hund ist nicht meins. So, jetzt gucken wir mal. Äh, wir sind Teleporter am besten. Und dann da hoch und dann nach rechts. Vielen Dank. So, macht das Reisen noch Spaß. Jetzt können wir hier hoch. Attacke. Attacke, Hund. Wir brauchen die nicht hinterher springen. So, komm. Ich weiß nicht. So, jetzt. Oh, was bist du denn? Wee. Okay. Hallo, Leute. Wacken ab. Boom, boom. Und Schwung. Attacke. So, die Roten, das ist ja alles hier mit Feuer oder Raketen oder irgendwie so ein Gedöns. Deswegen gehen wir direkt hier hin. Da oben. Ich mach das raffiniert. Ich mach alle drei. Oder auch nicht. Boom, 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 boom. Und? Hundi? Das ist mein Hobbledog. Hobbledog. Alles. Alles, was mit mir zu tun hat, ist ein Gehobbel. Danke. Danke, Doggy Dog. Warte, ich muss da unten hin. Da nicht. So, hier kriegen wir wieder ein Artefakt. Und zwar... Und zwar... Kriegen wir hier Schönes. Und zwar... Kriegen wir hier... Da kommen wir... Safe kommen wir da eh nicht rein. Ja, sag ich doch. Irgendwie so eine Spezialwaffe oder so. Oh, Boss. Oha. Okay. Aufmachen. Ready. Ih. Get ready. Boah. Aua. Er hat mich. Er frisst mich. Er hat mich. Er frisst mich. Attacke, Hund. Attacke, Hund. Uiuiuiui. Gut. Huh. Ich glaube, den Gehobbel passiert jetzt. Laser. Diddildildildi. Diddildildi. What? Ich guck mal. Kleinen Moment. Okay. Laut Beschreibung. Das verstehe ich nicht. Eine... Eine... Was ist das? Kaboom-erang. Da. Schießt er auf? Ah, kann ich ja aufladen. Guck mal, wir können auch mit dem rechten Stick Baffen tauschen. Wusste ich gar nicht. Ist das neu? Okay. Wenn wir hier schießen, können wir den aufladen. Guck. Und dann zielen. Und dann zielen. Okay. Aber wegen diesen Lasorb. Was? Hä? Ich guck noch mal. Kleinen Moment. Okay. Irgendwie ist das... Weiß ich nicht. Die Errungenschaft ist einfach nur, dass wir den Boss besiegt haben, weil er neu halt war. Aber macht der das auf? Oh, das ist so ein Gedöns, Gedöns. Das heißt, er macht jetzt die Spezialdinger auf, oder wie? Hey, Hund. Einmal da hoch, bitte. Hui. Ich bin mal gespannt. Schieß doch. Oh, oh, oh. Kommen wir denn hier hoch? Ah, nee, hier rein. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Tschung. Jawoll. Damit kommen wir da also rein. Aber das ist aber auch irgendwie total für den Arsch, dass wir jetzt mit so einem Boomerang drauf angewiesen sind. Gefällt mir nicht. Schrott. Was macht er unter? Ey, oh, ey. Warum muss ich mich immer mit den ganzen Followern abgeben? Da hätte ich halt lieber am liebsten Rakete oder so. Ich hab sowas. Das heißt, das heißt, das heißt, dass wir jetzt rein theoretisch. Und ich kann ihn halt nur aufladen, wenn ich dabei schieße. Auch total nervt würden. Ich kann das ja nicht so richtig steuern. Ich kann das ja nicht so richtig steuern. Okay, was haben wir hier? Huh, hier. Zwei Pünktchen. Und hier? Schaub. Doch nicht. Schaub. So, was haben wir denn? Oh nein, er will ja überall dieses Blaue. Errote, meine ich. Ein Puggeball. Oh, wo kommt so hin? Okay, lass mich raten. Und mit dir kann ich das Ding da öffnen. Na komm. Zack. Jawoll. So, und nee, ah. So, dann haben wir das auch. Okay. Dann könnten wir jetzt. Wir können halt rechts, oben rechts. Das machen, weil wir ja hoch springen können. Aber wir können auch unten links machen. Nicht durch die Orangenen. Da kommen wir ja eh nicht durch. Aber da ist noch ein so rotes Ding. Wo wollen sie hin, herr Puggeball? Tschu. 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 Ach komm. Ist das ein Scheiß? Das zu koordinieren. Dass er genau so... Was man machen kann, ist natürlich beim Boss. Da kann man den ab und zu immer so abschießen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier ist auch so ein Spezialviech rumge... Da. Uiui. Tschu. Nicht getroffen. Der Hund macht das alles alleine. Pass auf. Was ist das? Der Hund. Der Hund. Der hat er drauf. So. So. Ja, so. Hallo. Kulo. Ob man den Tod kriegt damit? So. Warte. So. Ne. Nur wenn er seine Euglein zeigt. Hund. Lass mich mal hoch. Der Hund ist auch bereit. Uiua. Okay. Hier links kommen wir eh wieder nicht rein. Mach auf. Ein bisschen mehr Wucht bitte. Okay, Amos. Da. Feuerrate. Jawoll. Noch schneller. Bam, 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 bam. Hallo. Oh, hinter mir. Gar nicht gesehen. Ich dachte schon, wo kommen die Töne her? Jetzt an. Scherzlos. Crystal Shield. Ja, halli, halli, dani, da. Kann das sein, dass wir die freischalten? Das ist nur freigeschaltet, ne? Fürs nächste Mal, glaube ich. Wegen Mega Map. Eine neue Challenge. Oh, neue Challenge. Dann weißt du ja, was nächste Woche ist. Huch. Neues Gebiet. Darf ich da rein? Äh, Säure. Übersessen war einer. Bam. Schön in die Fresse. Bam. Bam. Das macht mir keinen Bock. Das macht mir keinen Bock. Was ist das? Okay. heilung nehmen wir natürlich auch sehr gerne sogar kommt man denn noch ein raum oder da kommen und er jetzt die ganze zeit weg für immer und ewig was das denn oh die greifen sogar direkt an okay drück mal b hui 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 da irgendwas wird zu dem was jetzt passiert aber das sagt das hier hat es nicht metroid auch keine ahnung was da passiert ist er haben wir uns umgewandelt und irgendwie gedöhnt und gebühlt und keine ahnung was passiert ist und dann können wir rein aber ich will erstmal hier hoch oder auch nicht letzten pixel die gehirne der von metro geklaut der nicht der andere der mich da gerade angegriffen hat der mein gehirn da abgelutscht hat aber der sagt mir auch irgendwie was aber was haben wir hier denn da wird von den zu ich mache mal ein attack so ein so ein ding okay jetzt haben wir zwei hatten wir nur einen er hatten wir vorher gar keinen mehr jetzt haben wir aber halt auf dings und verzichten auf attack spielt aber egal kommen ach ein fließband ich frage mich schon warum rutschen wir denn so was passiert warum bellt der hund denn so ich falle schocken oh 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 Oder auch nicht Der lebt immer noch Der lebt immer noch Okay, er hat tot Alles klar Oh, er kommt In your face Das ist auch so ein Format Das dauert ewig Das schaffe ich einfach Nicht allzu viel Bei so einem Format In einer Folge So ewig lange geht Ja, guck mal Wer da schon wieder Angeschiffen kommt Ich will nicht auf Leben verzichten Aber cool, dass es die Möglichkeiten So gibt Guck mal, ich bin schneller Kommt der näher Der wird auf Save-In gerade noch nicht da Hab ich nicht gesehen Auf dem Rückweg Jetzt Das ist schwer zu lenken Oh, was ist jetzt passiert In your ash Wenn der Hund unter mir ist Darf ich auch nicht einfach so Tollwütig rumspringen Okay, ich guck mal Was links ist Ah Ein Raum mit zwei Dingern Äh, sei ja nie Nein Auf zu bellen Okay, ein random runter Und dafür Zwei Ein hoch Wir haben minus Ich weiß gar nicht, was das ist Was ist denn das da unten Weil jetzt haben wir ein minus Reichweite Aber wir haben ein bisschen Power dazu gekriegt Wer greift an Ich In your face So, hier ist auch noch Irgendwo so ein Gedöns Noch mehr Heal Jawohl So, jetzt haben wir hier Links auf dem Weg Und da rechts Haben wir noch zwei Wege In die Säure Möchte ich ungerne Muss ich ganz ehrlich sagen Einmal rüber Einmal rüber So, und wir kriegen Was ist das? Irgendwas ist Länge Blazing ist Länge Blazing ist Länge Ich guck mal Also das verdreifacht nur Die Schreinwirkungen Man kann ja irgendwie Für ein bisschen Schrott oder so Für 240 Sekunden Das wären dann ja In dem Fall Ich sehe jetzt aus Wie diese Marsianer Von ganz damals War das mit so einem Adam's Händler Film? Ne, nicht Adam's Händler Aber weißt du Welche ich mein Aua Die haben auch so einen Spitzhut aufgehabt Also kein Hut Sondern das waren Deren Köpfe Bei Elgans Ich glaub vom Mars Bin mir gar nicht so sicher Hä? Der puckelt da alles voll oben Juhuiui So, wir könnten noch weiter hoch Oder links gucken Oder rechts gucken Rechts ist nichts Außer hier Oder auch nicht Wir gehen mal weiter hoch Kreissägen Wie Aha Ein grün In irgendwas Aber wir haben kein grün Also ist das eh egal Komm fällt dir Unter in der mal! Shoot Speed Up! So, schieße ich glaube ich schneller, wenn ich einzeln schieße, oder? Als wenn ich gedrückt halte, wenn ich gedrückt halte. Wo haben wir denn hier was? Da! Oh, ein Pokéball! Wir können shoppen! Wir können shoppen gehen! Shoppen! Shoppen! Aber läuft gut, oder? Wollte ich mal behaupten? Jetzt haben sie ja die ganze Zeit rausgetropft, ne? Jojojojojojo! Aua! 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 Komm ich ja nicht mehr raus! Komm ich ja nicht mehr raus! Ich liebe wieder! Hatte für einen Moment Angst! Oh, da ist Speichern oder so! Ja, ein extra Leben! Wenn wir jetzt sterben, dann würde hier die neue Folge beginnen! Aua! 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 Was willst du denn da? Gehen wir nicht in die Lava? Äh, das ist aber keine Lava! Hast recht! Aua! 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 So, gehen wir nach rechts! Uh, dunkel! Du brauchst Licht! Aua! 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 Der hat mich einfach eiskalt! Aua! Aua! Wir haben Licht! Hahaha! Aua! 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 Wir müssen da hoch koordinieren! So! Jawoll! Ich sehe auch einfach auch nichts! Ich glaube, das haben wir nicht gewollt, oder? Hast du nicht gesehen? Ich glaube, wir sollten schon was sehen, oder? Ein Boss im Dunkel machen? Ich glaube, da ist nichts dran! Das kann ja nicht die Rätsel-Lösung sein, oder? Ich meine, wir haben ja noch einen anderen Weg da. Wo ist denn hier der Eingang? Da! Warte, ich brauche meinen Licht! Ah, da! Okay! Okay! Pjung! Kein Pjung! Warte mal! Kein Pjung! Okay! Aber das auch nicht, ne? Okay! Dafür haben wir noch gar nicht den passenden... ...Gedöns! So! Ich weiß nicht, ob das was bringt, an denen rumzuopfern, weil wir ja den Code nicht kennen! Tinter löschte da alles, oder so! Wir haben schon mal schlechte Erfahrungen mit denen gemacht! Also mit solchen... ...sochen Leuten! Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache hier ist... ...hier im Dunkeln rumzurennen! Ich geh erstmal hier wieder weg! Ich glaub da nicht dran! Ich komm da rein! ...schau-schau-schau-schau-schau-schau-schau! Ja, dann schiess! da sterbe ich noch, weil ich denke ich darf da schon hin oder ich soll da schon hin dann gehen wir den anderen Weg, wir haben ja noch mehr Wege da hoch muss so, also wie soll ich den lenken? reicht das? oh ne schnell weg hier, alle Böse kreising achja wir haben ja hier links auch noch einen Weg, stimmt ja, heißt ja nicht, dass da nur es kann ja links noch mehr geben, also nicht, dass wir nur mit Feuer weiter kommen siehst du, ein ganz normaler Weg, ein ganz normaler Weg, hier geht es weiter oh shit ich sehe schon, komm, der Boss ist doch bestimmt so ein Säuretyp oder so zum Glück müssen wir die Negale töten hmm, gehen wir da hoch oder da runter? gehen wir erstmal da hoch wir haben auch keine Power, ne? nur ein Punkt erst gekriegt, was Power angeht so, Menschen, ich will da hoch ach man, Menschen, ich will da hoch ah, warte mal, mit halten meint er, wenn ich die A-Taste gedrückt halte dann macht, er hat der Hund die ganze Zeit ah, weil er macht das nur hoch, wenn ich springe jetzt hab ich das verstanden pum sag mir jetzt nicht, ich komm da jetzt nicht hoch weil er immer unten das Gedöns aufgedönst hat so, speed it up aber Speed, ganz ehrlich, Speed brauche ich eigentlich nicht Speed würde ich gerne loswerden aua, aua, aua meine Lightning-Kanone benutze ich irgendwie nie, ne? fängt doch was hier in die Ecke zu springen Hunderwohn Pew, 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 pew quatsch komm mal weiter her wau, bam bam tschuuuuh rückweg schade aua, da greift mich hier mal an keiner kann ihn tschuuuuh so, hier ist nix unten brauchen wir wieder Feuer aber wir brauchen unbedingt Feuer, ey und an den können wir uns ja jetzt aua heilen wollte ich schon sagen so da ja jetzt die ganze Heilung rauskommt vlogs flupp flup er macht er unsura ich kann hier ganz gemütlich stehen eine Milch trinken. Ich könnte 99 Schrott an dem Schrein spenden, hier wieder herkommen und dann wieder 99 sammeln. Okay, ist schon tot. Ist das Feuer? Die Necro. Necro hört sich schon feuerig an. Luminant. Nee, das ist... Nee, Necro hört sich so seelenmäßig an, ne? Ins Auge! Ja, dann sind wir blind. Oh, Mann. Was passiert, wenn die... Oh, ii. Wenn die das jetzt an ihrer... Also, wenn die... Wenn die da reintreten oder so. Ich kann auch mal hier so und dann mal eben so. Ja, die sterben direkt. Die sterben direkt. Guck. Also, ich muss da erstmal wieder hinschützen, warte. So. Ja, man hört und man sieht das ganze Blut. Und zack. Alles klar. Aber, das ist kein Feuer, oder? Oder zählt das als Feuergeschoss? Oh, 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 oh. Scheiße. Scheißhund, ey. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, mal gucken. Ja. Aber er piept. Also, er piept nicht, sondern also... Er kriegt damage, oder? Kriegt die Tür damage? Nee. Erzählt nirgends Feuer. Okay, dann würde ich sagen, wenn mal wir haben... Der Teleporter ist einfach am Arsch der Welt, ne? Aber da haben wir noch einen Weg nach oben. Unter dem Schwarzen. Also unter dem dunklen Raum. Haben wir unten noch einen Weg, der nach oben führt. Da könnten wir noch gucken. Ansonsten müssen wir ganz wieder zurück. Ich glaube nicht daran, dass wir durch... durch den dunklen Raum müssen. Da glaube ich auch nicht dran. Warte mal, der will rot gegen einen blauen... Ne. Da meine ich. Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin doch nicht verrückt. Nein. Egal, komm, schau drauf. Jetzt was ich sage, wenn ich so mache... Da kriegst du schade, ne? Aber nicht viel. Jetzt hört es doch. Egal, komm, schau drauf. Ja, die Waffe finde ich irgendwie nicht toll. Aber ich kann so machen. Das Grüne... Wenn ich die Grüne leer schieße... Dann ist das Gelbe auch leer, ne? So, ja. Dann ist es leer, dann, okay. Hu, hui. Aua. Gift. Gift. Na unten. Komm, die Waffe mache ich weg. Dann mache ich die... Abnervwaffe. Dann behalte ich lieber die Peng Peng. Und zur Not des Glitzgedülms... Dat hier auf. Bum. 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 Hör mich hoch. Toil, hier ist er nur jetzt... Bestimmt Licht. Ne. Attack. Okay, dann heißt das, dass wir jetzt wirklich... Ganz zurück müssen, oder? Feuer kriegen wir eh nicht alle auf. Was ist das für ein Raum? Grün ist das, ne? Ist das grün da unten? Ganz unten. Ganz, ganz unten haben wir orange. Dann kommt gelb, ne? Und wenn du dann hoch gehst wieder... Dann kommt da doch etwas Grünes. Okay, ich würde sagen... Wir benutzen den Teleporter. Ha! Kann ich nicht. Hab keine Energie. Wir müssen erst Energie sammeln. Oh, wer bist du denn? Ein Pupsi, wa? Wir brauchen Energy. Tum. Da, Energy. Und tschüss. So, gehen wir einmal zum Schöpfer. Wenn wir eh schon mal hier sind. Einmal zu dem Schöpfer und dann zu dem anderen. Hallo. Ich guck mal eben, was ich mache. Okay, wir kriegen mehr Schaden und mehr Schadenspeed. Aber weniger Leben und weniger Energie. Egal, Scheiß drauf, ne? Die, 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 da, 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 da. So, ich weiß gar nicht, ob sich der andere jetzt noch lohnen würde. Der andere, ähm, weil wir haben nur einen blauen. wir haben kein grün, kein rot, kein nix deswegen würde ich sagen, lassen wir die aus so, lass mich mal kicken, wo wollten wir jetzt hin hoch, rechts ja, wir müssen auf jeden Fall ganz zurück alles andere kannst du ja vergessen, dass ja alles also erstmal hier hoch komm, Rainer ja, unser Energiewalding ist auch ziemlich geschrumpft so, wir müssen noch höher wir müssen ja Abendbost vorbei Hundi 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 Ha, wir kommen gar nicht wir kommen gar nicht ganz zurück wir müssen tatsächlich wir müssen durch das blinde gedöhnt dann habe ich mich ja jetzt völlig umsonst her teleportiert jetzt müssen wir wieder ganz, ganz zurück also nach links, dann hoch, dann links, dann hoch, dann links, dann hoch, 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 links, hoch, 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 zum speicherten, also am einfachsten wäre, wenn ich mich jetzt sterben lassen würde dann würde ich nämlich da oben ankommen vielleicht gibt die Waffe ja Licht, das grüne dass es deswegen vielleicht so ist nee, wir müssen ja hier hoch schneller, keine Zeit eine Stunde, sechs schon und die Dankeschön aber wir speeden da jetzt einfach so durch Einfach durch speeden Einfach durch da Ich darf nicht aufhören Also ich muss aufhören zu schicken Oha, was ist denn hier los? Schnell ich bin Bin ich normal Ich muss mal meinen Schrott loswerden So viel Schrott oder irgendwie was finden dass wir mit Schrott mega stark werden Alter, wir sind ordentlich schnell Was trifft kannst du denn da immer? Weg Oh man, war die Tür im Weg Hier können wir auch wieder Leben opfern Kann man anscheinend öfter sagen einmal Gewollt, fett getroffen Jetzt auch Und die Ja, voll gegen die Wand Äh, Deckel So, jetzt hier hoch Hier hoch war das noch Ja Da müssen wir ja wieder an den Kreisling vorbei Schwierigster Raum erwärm Da haben wir wieder so einen Special Gas Und wir werden auch schneller Immer schneller, immer schneller Aber Okay, kein Jump Oh, dass ich jedes Mal in diese Lava falle Ist ja unglaublich Aua, Aua So, jetzt muss ich bestimmt die Waffe nehmen Ja, die macht Licht Ja, okay Dann ist auch was anderes Wenn die so Licht macht Dann ist ja klar Ich kann ja trotzdem gucken Ähm, was der macht Ich meine, wir haben ja jetzt noch einen blauen Ja, was, das lohnt sich nicht, oder? Hier kommen wir nicht weiter Licht, Licht, Licht Aua 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 Aua, Aua Okay, da unten ist der Boss Aua Was werden wir jetzt hier noch finden? Gar nichts mehr, ne? Uh, 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 uh Ja, dagegen finde ich hier Aber gewaltig Und wir können hier unten auch Was tauschen Aber, ne Meine Weißt du, wir schaffen jetzt den Boss? Oh, Hundi So, Dankeschön Ja, dann wünschen wir mal Glück, ne? Eww Schon tot? Ah, ich lach so gerade Oh, nein Well, dann Alles voll machen hier. Aua. Guck mal, wie hell das sein kann. Wie wunderschön. Was auch hier alles ist. Ich schieße aber mal, ne? Easy. Was kriegen wir hier? Feuer? Feuerkugeln. Ich weiß nicht, soll ich die Folge hier lieber beenden, damit die nicht zu lang wird? Ich glaube, ja, ne? Stunde 20. Ich glaube, ich beende hier die Folge. Wir werden schon nicht verlieren. Wir haben so viel Leben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn du wissen willst, wie das hier aussieht, also weiter geht. Einmal abonnieren hier. Ah, ne. Ist ja gar nicht mehr da. Ist ja jetzt da unten. Einmal abonnieren da unten. Und nächsten Mittwoch wieder einschalten nach außen rein. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020